4 Millionen, Bro, es gibt 4 Millionen zu gewinnen. Bro, das ist crazy, das ist crazy. Leute, es geht gleich los, ich bin gehyped, seid ihr ready oder was? Ich muss gucken. Bro, Vardial ist dabei, Weezel ist dabei. Junge, wenn hier die Deutschen das mit nach Hause nehmen, wäre das geisteskrank, Bro. Das wäre wirklich geisteskrank. Boah, ich bin gehyped, Leute. Wie geht's euch? Seid ihr ready oder was? Alter, um 4 Millionen geht's, Leute. Das ist zu crazy, Bro. Junge, das ist wirklich zu crazy. Heißt ihr, dass ihr es gerade seht, Leute? Sind wir wahrscheinlich auch gleich noch live auf Pick? Ich bin gespannt, wer das heute gewinnen wird. Ich sag ehrlich, Leute, ich bin wirklich gespannt. Oh, ich war noch oben im Zettel gewesen. Ich hab voll gefällt, Leute. Ich hab voll gefällt, Leute. Ich war einfach noch oben im Discord gewesen. Was denkt ihr, wer gewinnen wird? Also, ich sag ehrlich, jeder kann gewinnen. Jeder, Bro. Warte mal, die gucken mal. Ich bin jetzt hier ein bisschen zurückgelaufen. Wo Vardial einläuft. Ich glaub, gleich kommt der. Boah, Bugas auch dabei. Das tut krass, ich weiß. Do not feel safe, regardless of where you drop on the map. When these guys are in the lobby, they are here. And they are here to win. Bro. Ich glaube, das wird eh der letzte World Cup sein. Also, wer heute gewinnen wird, ist krass. Wer heute gewinnen wird, ist safe, krass. Ich glaub, gleich kommt Vardial. Okay, wartet, wartet, wartet. Wartet, wartet. Nee, jetzt nicht, jetzt nicht. Gleich kommt Vardial. Er macht den Greeny, Junge. Jetzt gleich, Leute. Bro, das muss doch ein Deutscher nach Hause bringen, das Ding hier. Wow. Wow. Bro. Junge, als ob Vardial das nach Hause bringt, das wäre so heftig. Guckt euch mal die Trophäe her an. Junge, der Gewinner kriegt einen Hauptkohle und das Ding hier. Das ist, Bro. Guckt euch das an, Bro. Wenn du das hast, vorbei. Wenn du das hast, vorbei. Wenn du das Ding, Bro, hast, vorbei. Sag ehrlich, komm, wir gehen rein hier. Geht sogar schon leer, das erste Game, oh mein Gott. Okay, wir sind direkt drin, Leute. Wir sind direkt drin, ich wollte euch nur zeigen, kurz der rein. Wir sind erst, er, warte mal, ich muss die, ich muss Trifox, die 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 Trifox. Trifox, die 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 Tr ich glaube ja ne und der tanzt auch noch was geht jungen jo stand hier geht's dir bro was denkst du mir das wäre krass Riesel ist ein deutscher da und Bardial ne und Flixi auch und Kydi aber es sind mehrere Deutsche auf jeden Fall Bro ist ja krass wenn ein Deutscher nach Hause bringt wäre heftig oder? ja ich habe deine Tears gesehen dann fährst du zu Kopenhagen oder was? nein Leute nach Kopenhagen aber Leute ich seh es mich doch mit Rolls Royals 6 Stunden ja komm ich mit 5 Games sind ne? 5 glaube ich 5 Runden sind 5 oder 6? ich bin mir grad gar nicht sicher ich glaube 5 Grand Finals Leute er war das Geist krank da ist ein 14 Jähriger dabei musst du dir mal vorstellen ne? ein 14 Jähriger? ein 14 Jähriger ja und also wenn ich ich würde mich mit 14 niemals trauen auf so eine riesige State zu gehen Bro das ist mir so krank der Gewinner was kriegen die Gewinner 2 Millionen ne? 1 Million kriegt der erster Platz ah ok dann musst du ja noch teilen 5.000 aber ist trotzdem krass Leute aber sehr sehr viel Geld ja aber schade ich hätte den Preis eher so gemacht dass die 2 Millionen gewinnen weißt du jeder eine Millionen Bro wär viel geiler ja wär auch wär auf jeden Fall netzig ja einfach Millionär dann safe alter bist du für die Deutschen oder hast du ja safe für die Deutschen Bro egal ja Bro wenn die Internationale sich da verweisen wär krass ehrlich geil Bro wenn die Internationale da abräumen Leute ich sag das das wär auch für die Deutsche Schwitzer Community geil so weißt du guck mal was die da machen Bro die nimmt den mit Bro und dass die den dass er nicht äh Dings den wiederholen können Bro Bro ja dann damit sie die machen halt die Farben so diese Sturmkrankheit farben die damit stimmt oh die healen die ganze Zeit und spitze an den damit die Damage bekommen oh mein Gott hä was das ist richtig krank das machen die jetzt das ganze Game mit dem das musst du mir vorstellen das ganze Game Bro das ist so krass ey wenn Booga das Ding auch Booga Leute wenn der das Ding heute gewinnt dann ist er wirklich Bro das ist ja eine Fortnite Legende ist er ja so schon ist er ja so schon aber wenn er heute nochmal gewinnt ist vorbei dann ist es vorbei Bro der Typ hat sich unsterblich dann gemacht mhm aber ich sag's ehrlich er hat nicht so kranke Chancen ne 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 er ist auch nicht mehr so wie er vor 2-3 Jahren war Leute ja die Meter ist auch anders und so aber es sind auch so es sind auch wieder so viele da Bro die du vor 2-3 Jahren noch nicht mal auf dem Schirm hattest Bro die ja ja normal normal also wenn man da auch nicht in der FNCS Szene drin ist Leute die kennt man gar nicht die waren die haben vor 2-3 Jahren vielleicht nochmal angefangen zu zocken ich weiß nicht ne es gibt komplett neue Leute da du musst dir mal vorstellen ist der viertenjährige der erst da ist der wird sogar gezeigt der Moneymaker das ist der vierzehnjährige das ist der vierzehnjährige ja genau Moneymaker der war damals beim World Cup einfach 10 oder 9 ja vor 4 Jahren er war einfach 10 und jetzt drückt er selber beim World Cup mit und jetzt ist er sehr schade das ist crazy das sind die Finals Leute heute kommt drauf an wer die Mio nach Hause nimmt krank Alter wirklich aber es wird eh der letzte World Cup auch sein denk ich mal der letzte? ich denke schon Bro ich glaub schon dass es der letzte World Cup sein wird ich glaub nicht meinst du nicht weil Bro Fortnite jetzt so mit den Layoffs mit Dings so mehr auf Creative ich weiß nicht ob die nochmal so viel aber Moneymaker war dann jetzt erstmal raus hast du gesehen was nächste Season kommt? ne haben sie das gezeigt? hey hast du gar nicht auf Twitter verfolgt gar nichts? ja doch doch mit äh die alte Map und so save 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 ja 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 ist doch geil oder nicht? ja ja ist doch geil Bro der sieht schon wie alt ist der im Paper? boah das weiß ich nicht er sieht irgendwie aus wie ein 50 jähriger Familienvater der mal schnell FNCS spielt dann Runde aber ich finde es super krass wir haben gestern auch reingeguckt Leute gestern waren ja noch die Qualifers also es sind ja 150 Leute eingeladen worden 100 haben sich qualifiziert für heute und heute geht es ums Geld ja boah sie machen das immer noch mit dem die ganze Zeit aber das ist ja voll die Meter ne das ist ja wirklich voll smart ja aber sie farben halt so Surge ja aber die kriegen halt jetzt kaum Loots oder so ich glaub das ist auch wichtiger was sie machen als Mets und so Bro der wenn du da getragen wirst die ganze Zeit du musst dich ja so eklig fühlen boah das wird so wichtig sein wer das erste Game gewinnt auch für die das wird auf sowas Ego pushen ja ja safe das wird das wird erstes Game wird so entscheidend Leute Chicho und Trulex auf der anderen Seite des Slapy Shores already we need a move here shortly but Metal gotta cap out first boah so Bock aufs Late Game das werden so viele Leute am Leben sein Trulax und Chicho vs. Quanti und TK Überlegter jeder kann heute 500.000 da hause nehmen ja wie viel haben die safe ich glaube 10.000 10.000 haben die safe auch wenn die letzter werden jetzt boah Flix sie mit dem Pille auf Savage was oha jetzt müssen sie ihn mal zeigen was Savage Stout Savage ist genug scheinbar ja ah 6 Games 6 Games ok oh mein gebot der hallo Savage neiiiin egal wie ist sie rund und kommen sie zurück von Flixi stark Flixi Flixi ist bei Fokus ne ne bei Aids da bin ich auch gelöst ah stimmt 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 aber das ist Deutscher auch oder was Flixi ist Deutscher ah krass Flixi ist Flixi ich glaube Flixi ist 17 boah da gehen die aber hier down party high schade Reasons habe ich noch nicht gesehen dass er down ist ich glaube die sind noch drin sheaten ist auch krass wir haben Early Game 2 kills gemacht ah warum nur ein Pokal das ist eine gute Frage ne Bro warum nur ein Pokal wenn er zwei Leute gewinnt boah weiß ich selber nicht ich weiß glaub den dürft ihr die mitnehmen was denkst du ich glaube nicht dass die mitnehmen dürfen Leute das sind ja meist so ich glaub dieser Pokal ist ja auch aus echtem Gold und so irgendwie ich bin mir nicht sicher Leute ja der sieht schon sehr geil aus mit Diamonds und alles das ist schon crazy Boah 100.000 Leute sind in den Kopenhagen Leute krass Anscheinend kriegt man den Pokal zugeschickt, sogar, man kriegt, also man, man kriegt den. Ja, aber wahrscheinlich nur ein Replika dann, so, also so, ich glaube, ich denke mal, die werden bei dem Pokal, der da steht, übertrieben haben, der wird so aus heftigen Materialien sein und die werden auch einen guten Pokal kriegen, aber ich glaube nicht aus diesem echt Gold. Ja, das könnte sein, ja. Er weiß, was der Pokal kostet, der da steht, Leute, der sieht schon echt wild aus. Also so ist es bei ganz vielen Formaten, dass man da irgendwie so ein Replika zugeschickt bekommt oder so. Boah, hast du gesehen, von 25 europäischen Duos, die da waren, äh, haben sich 23 qualifiziert. Ja, hab ich's gesehen. Bro, die europäischen Schwitzer, Leute, die sind aber auch alle am Schwitzen. Ja, solche Sweater, geil, ist krank. Brasilien, glaube ich, war am schlechtesten, da haben sich nur drei qualifiziert von acht oder so. Ey, das weiß ich grad gar nicht. Ich glaube, noch eins, eins aus Ozeanien, 1-7 nur. Ja, man merkt schon, so Fortnite dominieren schon so die europäischen Länder, so, das ist schon heftig. Ja, deswegen habt ihr auch das meiste Preisgeld, den Cups und so. Riesen, Janis. Bist du jetzt erst bei Riesen und Janis? Stimmt, Janis ist ja auch dabei. Stimmt, Bro. Ja, ja. Boah, das wär krass, wenn die beiden gewinnen, das wär, Bro, das wär zu heftig. Das wär sehr geil, ja. Den würd ich auch gern, die beiden. Boah, das wär echt krass, Leute, das wär viel Deutschland, wär das so heftig, wenn die gewinnen würden. Ey, ich drück richtig fest die Daumen, ich sag' ehrlich. Janis hat ja schon dreimal, glaube ich, auf den Cess gewonnen. Oder viermal. Das wär heftig. Bobby. YouTuber-Insel kommt später, das Video. Boah, jetzt spawns die Insel. Was feierst du, mehr Solo oder Dings? Boah, du bist doch ein bisschen priorisiert, oder? Warte mal, ich muss mal laden, das Ding. Guckst du den YouTube-Stream? Ja, guckst du Twitch, oder was? Ne, ich guck auch auf YouTube. Mach mal auf mal zwei. Kurz. Dann lädt das schnell rein. Alles durch und dann bist du auf live. Warte. Also auf Geschwindigkeit kurzer, aber auch mal zwei. Warte. Boah, ist auch krass, die gucken echt viele. Ist jetzt grad die Insel, da ist die grad so um die Insel. Bei mir sind sie schon oben und der Trick ist ein Biggie. Wie, wenn man die eine 50 Punkte? Ja, ja, mach ich 15 Punkte, wenn man die einen nennt. Oha, hä? Okay, jetzt sind wir auf Neues. Jetzt sind wir komplett live, dann. Ja, ja. Gau, die wird eingenommen, ja. Ich denke mal, die Gewinner werden bestimmt einen Fortnite-Skin kriegen, Leute. Safe. So wie Booga, damals. Überleg mal, du gehst mit 500.000 nach Hause, mit einem krassen Pokal. Du wirst wahrscheinlich Verträge des Todes kriegen. Boah. Und du kriegst deinen eigenen Fortnite-Skin. Das ist so krass, ne? Das ist so crazy, bro. Ihr checkt gar nicht, wie viel Geld verdienen werden, wenn die heute gewinnen werden. Wenn die es schlau machen, bro, wenn die es schlau machen. Cool. Die gewinnen die 500.000 und machen nochmal mindestens 500.000 durch Marketing. Ja, wenn die es schlau machen, ja. Mindestens. Wie ist das einzige vom Fokus? Ja, da war noch Vortex, aber der hat sich leider nicht qualifiziert. Er war einer von den zwei europäischen Duos, die es nicht geschafft haben, leider. Ah, schade. Bro, das muss auch ärgerlich sein, wenn du extra da hinfährst und dann nicht crawlst. Ja, aber ich glaub dir auch, wenn du dich nicht gecallt hast, hast du glaub ich 4.000 Dollar bekommen. Ja, aber Bro. Das ist zwar so Anreise, wenn die wahrscheinlich auch bezahlt haben, Epic Games und so, aber... Ja, ja, safe. Aber weil die ja gekommen sind. Natürlich, man wird natürlich lieber eine Million bekommen statt 2.000. Besser als gar nix. Ja, klar, VfK und wir noch steuern und so, aber trotzdem. Klix ist auch nicht qualifiziert. Ne, Klix ist nicht qualifiziert. Ja, aber ich finde Klix ist auch nicht mehr so krass, Leute. Er war früher krasser, er ist aber für mich eher ein Content Creator geworden. Oh, du Kanada Gold. Quizzi und Venno auch sehr gute Kandidaten eigentlich. Sag mal ehrlich, was denkst du, wer so die größte Chance hat? Äh, Kami und Seti. Die sind zwei Polen, die sind sehr krass. Dann, die wir gerade zugucken, Quizzi und Venno haben auch gute Chancen. Äh, ja und sonst. Aber man muss sagen, selbst die Underdogs haben hier eine Chance. Weil ich weiß noch, dass mit Booga, das war ja Solo, war das Solo gewesen? Ja, ich glaube, ne? Ja, er hat Solo gewonnen, ja, ja. Bro, da Booga hatte auch niemanden auf dem Schirm. Ja, natürlich nicht. Da waren ja auch so Benji, Fischi und so noch dabei, die ganzen Überstoß. Ja, genau. Mongral. Mongral, und das waren die Favoriten gewesen. Booga hatte niemand auf dem Schirm. Mhm, mhm. Bro, er zieht da wirklich gerade ein Reboot durch. Ja, aber der wird komplett galgen. Kann sogar sein, dass er direkt down geht. Da bin ich jetzt gespannt. Ah, ne, ich denke mal, ich komme durch, ich bin durch. Ja, dann lebt noch. Ja, aber die haben halt nichts jetzt, ne? Ja, ja. Das ist jetzt so was zu reißen. Das ist echt, bei solchen Finals darfst du echt nicht einmal down gehen. Und Vico auch deutsch. Bro, das ist jetzt auch so wichtig für die Organisation, ne? Wenn die gewinnen, die hier sind. Ja, 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 ja. Oh, können vielleicht ein Kilo hin? Nein. Boah, die haben auch Interviews dazu geführt, ne? Die meinen, die Server laggen so geisteskrank. Alles lag. Ich hab's wie gesagt auch gestern gesehen. Das ist doch von Fortnite, der da echt cringe. Wow. Kracker Schiff. Dass die, ähm, nach fünf Jahren Fortnite nicht hinbekommen, dass die Server gut laufen. Es ist so krank, Bro. Ja, das war gar nicht richtig schwer. Oh, Booga dead. Nur dass der Mate lebt. Der ist grad down gegangen, Booga. Booga weg, down. Back mit Booga. Spielt Booga eigentlich mit seinem eigenen Skin? Das wäre schon geil. Ja, ich glaube, er spielt sogar mit seinem eigenen Skin. Das ist ja nice. Boah, es nehmen zwar 65 Leute, ey. Krank. Junge, guck mal, wie die da alle auf der Fenster sind. Hohoho. Jogi, jetzt rift die alle. Hohoho. Ey. Junge, das ist halt auch ein bisschen Glücksspiel, muss man sagen, Leute. Mit Zone und so. Er ist halt battle royal, ne? Sensor Boy landt da drin Ich brauche ein Search, ich brauche ein Damage Oh Krank Bro Komplett was noch mal genommen Man sieht doch auch, dass ich selber richtig lagge Ja, das ist es Überleg mal, du schürfst wegen so einem Lag oder so Ich würde heulen Überleg mal, du bist für 2. Platz schürfst wegen Lag Bro, und du wirst deswegen nicht erster Ja Und das wird Ich bin mal gespannt, ob wirklich so einer dominiert Oder ob es echt knapp wird Aber ich glaube, dass ein Team absolut dominieren würde Ich sage euch ehrlich Das ist meistens, also ist oft so Letztes Mal wurde es ja richtig, richtig knapp Ja, das ist ja geil Jetzt Kaffee wäre natürlich spannend Da ist sogar Platz 1 und Platz 2 Sind gegenseitig auf sich gelandet Um das halt zu entscheiden Das war richtig krank Wirklich Ich hoffe das besser diesmal wieder Und dann kind of determine, who they're gonna battle next Alex and Worthy also comfortably positioned at the safe zone here Kami und Seti, mein Favoriten Bro, ich spiel einfach das Rollskin Ich spiel voll Ich spiel L-E-D-Skin 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 Ich hab sein Mainskin sogar Er spielt den immer Boah, das ist Kylie Ist er auch alleine, oder was? Sieht so aus, ja Ah ne ne, da ist er Mainskin Rocky Rocky, Junge Den kennst du auch, oder? Ich glaube ja, Bro Ich hab doch schon mit denen gespielt, im Cup oder so Stüm Ah, Bro Das war schon Naja Shalom Shalom Im Magic da hängt jemand Leute Hast du mitbekommen, da wurde einer disqualifiziert, ne? Wie? Warum? Der hat Regeln missachtet, der hat glaube ich irgendwie einen Sponsoren oder so indirekt beleidigt. Was? Einen Tag vor dem Crawl und dann wurde er disqualifiziert und der Mate musste Solo spielen. Nein, oh mein Gott. Der hat auch mäßig Content Crater, der auch Kräufer. Und da wurde er einfach nach Hause geschickt, musste am selben Tag nach Hause fliegen. Yannis ist auch noch am Start, mit Reason. 42 Leute. Der hat geraucht, schreibt einer, was? Der hatte Tabak im Keyboard. Was? Deswegen war das? Tabak im Keyboard? Hä und das Ding wurde disqualifiziert. Darf man da nicht rauchen oder was? Tabak im Keyboard? Ja, die sind schön gut drin, bro. Jetzt können sie chillen, Leute. Jetzt können sie chillen. Schönen Rentner-Modus hier. Können auch ein paar Leute holen. Aber ich denke mal, die werden eh da full defensiv spielen. Da wird keiner mal so einfach Leute holen. Boah, Yannis weit hinten? Ist Reason down? Ist Reason down? Ich hab die halt gar nicht gesehen. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Kami und Sethi Highground, ey. Die haben halt diesen Radioturm, wo du halt die nächste Zone siehst. Weißt du? Ach, ja, ja, ja. Bro, Highground ist schon echt krass. Ja. Mal gucken, was die daraus machen. Nein, ich fliege sie. Viko ist auch noch da. Ja. So, Acorn and Cold now taken out of this game. Cheecho left by himself. Cheecho? Du heißt ja nicht? Cheecho? Ja, Reason is down. Reason is down, oh. So, das Ding ist, es gibt nur Kontrollerspieler. Ich glaub ein, zwei Kontrollerspieler sind am Start, ne? Es gibt ein paar, ja. Es gibt ein paar. Aber sehr wenige mal wieder. Reason is down ahead. Die lehnen beide. Die lehnen beide. Die lehnen beide noch, Junge. Die holen jetzt das Ding. Erste Round. Bam, bam. Da sehen wir grad das Letterboard. Flixi. Flixi erzt da sogar. Oh mein Gott, sehr schnell. Let's go. Let's go, Flixi, komm. Hol das den genauso, Bro. Reason, wir haben jetzt Second High, okay? Oh, aber Kami und Sethi haben da so ne Baba Pose da oben. Ja, Mann. Flixi ist hier am Chillen, Bro. Jetzt würde der grad machen, wir darf ein bisschen Fortnite trainieren. Guck mal, wie er sitzt da. Guck mal, Bro. Der spielt so komisch. Ey, war mit dem Bootcamp, du musst du... Das ist so komisch. Was macht der da, Bro? Der Arm ist irgendwo anders, Bro. Er tankt noch nebenbei. 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 Aber wie ein Boss, Junge. Ja, ja, ja. Guck dir das mal an. Jan ist auch gut! Ries direkt hinterher! Das ist gut! Oh! Highground, go Sethi! Highground, go Sethi! Oh, ey, kack, kack, bro. Das war so böse. Das war nix. Wir brauchen 100 Vets auf Highground, Sethi. Was? Junge! Das was I made. Das was I made. Ach so, okay, okay. Stimmt, der kam. Er landet aber nur oben. Da macht er's. Das ist die Schillen. Äh, es ist game. Nate geht schon. Flixi mit dem nächsten Kill. Alter, was machen sie? Oh, ja. Flixi hier grad am resieren. Diko auch noch gut drin hier. Boah, die Leute sind gut da, Leute. Die sind gut am resieren. Sollen wir Reasons zeigen. Sollen wir Reasons zeigen oder so. Oh, Gupi geht da, Metro Flixi. Oh, Jan ist gut mit Reasons drinnen da. Oh, Kami ist wieder unten. Kami sieht nicht gut aus bei dem grad. Was? Kami da, Sandow. Oh mein Gott. Diko in den Kill. Wo ist der Reasons? Die Reasons, die Reasons. Bro. Bro, was macht dieser Duke da? Oh, das war's. Aber krank. Flixi hier noch? Flixi, komm Flixi. Papa. Ja, komm neun. Ist doch keine Meister. Janes Toreen. Keine Meister. Janes Toreen. Bande noch. Oh, fick sie da. Egal. Starr. Oh, Janes Toreen. Janes Toreen. Niko lebt noch. Sets, die lebt da auch alleine noch. Oh, Junge, er macht's aber gut, er macht's gut, bro. oh mein gott noch gut mero rasiert er ist nicht ein rapper sondern er rasiert auch im ford das war's das muss er machen das muss er machen hat sich gesehen hätte einfach spray spielen können jetzt alles machen die sind ja so gechillt drauf ja ja erster platz das ist wichtig für die bro das ist jetzt wichtig jetzt noch mal jetzt sind die gechillt ja ja und man wie w 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 someone was above you on the high ground you know i just have the best awareness at this land right now so like obviously i know there's a band above me you know i'm just like that but what are you thinking though because he can jump on you at any time i'm thinking i'd like i think like 25 builds about and i'm you know i'm best fighter best piece so i was like all right i'm just go up 200 he is just a low ground warrior people he said i didn't really do much that game so he actually went crazy there and you let him just talk his way through you didn't give me advice or guidance 61 months now going forward you've managed to get your way through an aggressive lobby but can you see yourself managing to top the competition again yeah we just need to live off spawn i think we can do good at literally every game all right well good luck in those off spawn battles boys congratulations everyone give it up for sphinx and poyo poyo and sphinx looking to set the tone on the day if there's anything i learned from game number one it is these next couple games are going to be chaos i mean that game was pretty much everything that we want to write we saw the matchup that happened towards that end we really wanted to see what they bought this black black red gezeigt wurde ich habe ja mehr die mache ja komplette zeitreise jetzt gerade ja ich weiß ja ich weiß ja auch genau ich diese auf jeden fall die map geht aber auch ein bisschen geändert ja er hat auch ein ganzes spray und so gar gar nichts mehr gab mir einfach ein bisschen schön da freue ich mich mehr wenn ich eine einzelne runde gewinne ist ein echt vergeschnitten drauf ist vielleicht besser so aber still a second place vor dem kam jetzt hat sie auf der drei ja ja es ist natürlich safe überlegen ob wir die gewonnen haben 89 punkte das ist echt ganz gute punkte die es macht sechs eliminierungen jungen flexi sieben eliminierungen mit seinem team und right now i'm sure he will be beaming from ear to ear to see his son sitting in first place absolutely incredible game number one but listen we got to talk about some of those higher profile duos die meinten sie werden sie wollen nicht so krank abausen zwischen machen wollen runde 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 so so well right we tuned into them we see them with two limbs and i think everybody sort of knew what that meant we weren't expecting data sustain to contest them they said that we're gonna land somewhere else on it right but clearly a misdirect to try and fake them out but kami and seti were prepared and in that end game seti survived as a solo for so long which is very uncharacteristic for the duo actually usually most of their points a high percentage of them actually come from when they are a duo alive right usually their points fall off whenever there's a solo clutch opportunity but said he's showing up yeah you don't associate either of them with mega solo coaches right you look at some of the other elite eu names a lot of them you think of them and you think solo coaches thomas malabuka right you know veno even queasy you know these guys you expect to come in and say he's showing us right now if one of them is a solo in these games they will step out and i think for them i obviously said he's a little disappointed there he wanted to take it it's got cut but ending as a solo in this situation and ending third place my bad city i mean i know you're king of consistency and stuff so if you just do that a couple more times i mean we are in for the running uh queasy and veno as well performing i thought it was interesting like i love seeing how all of these players in the lobby kind of act we saw there in the mid game seti kami on the high ground queasy veno on the front side of zone so all these duels are just looking for those windows right yeah for sure and 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 in this end game with all these duels here i do want to give a big shout out to dukes man because that was going ballistic right he wanted to put an end to everybody's game that he could as a solo as well right so a bunch of really six solo questions oh that's painful i didn't realize that's how easy went down there the four damage that was pretty much the head-to-head battle that we wanted to see on the high ground honestly though cami and said he picked up more points for that was really impressed with cooper and mira i feel like some of those igl late game calls were really good yeah super crispy stuff and i mean when you think about their performance just this weekend alone i mean this is starting to look real good right i still think there is quite a bit of first game jitters right weiss einer wer der älteste da ist ich wette der älteste ist nicht um 21 oder doch das ist kylie der ist sogar älter als ich glaube der ist 22 22 23 23 ist auch sein letztes fnc ist glaube ich was der spielt ja glaube ich auch ja i mean listen it's all about you know so can it all then you really have to use the crowd you really have to play off of that but then in those key moments you really have to be good at blocking them out as well also dass er sich auch nicht qualifiziert hat ist schon krass mit 23 mit 23 bist du zu alt leute das ist halt so krass mit 23 bist du alt dafür deswegen man muss mit 10 anfangen so wie dieser moneymaker das macht man muss mit 10 anfangen mit 14 ist er jetzt hier bei der weltmeisterschaft und mit 17 wird er die vielleicht gewinnen so wisst ihr euch meine jetzt sind ja ich bin auch schon vorher rettend ich glaube riesen wird auch jede runde contest der jüngste ist fünfte der jüngste ist fünften gibt es fünf oder sechs matches chat sechs 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 kipps we're here to win it all a huge early game that was one by both hoyo and spinks and they carried it all the way to the end i said they were the first team to get to lose this week or not ja ich wurde auch eingeladen leute aber ich hatte ich bin auch zu fett wie wirst du er ist einfach nicht schlecht leute er ist einfach zu ehrlich dem fordreiz ich wurde ja nicht eingeladen zum spiel ich wurde ja eingeladen einfach da zu sein ja ich erzähle ich auch aber ich hatte jetzt letzten tage noch fieber 39 grad ja das geht nicht also ich hoffe dass irgendein deutscher gewinnt krisen radial flicksi viko oha bro der eine oh gott mal die bucke hat richtig probleme komm hol ihn hol ihn oh er muss ihn holen oh mein gott 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 erst heute haben wir verloren jetzt haben wir gewonnen gegen mal die bucke haben wir auch schon mal glaube ich nobill gespielt Leute Cash-Cup. Ja, selbst. Der ist auch kalt. Ja, 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 ja. Wo brauchst du schon? Ich geh auf YouTube. Bro, das ist so krass, Leute, dass wir einfach No-Bit gegen die Spielen, die jetzt Weltmeisterschaft machen. Boah, was war denn da los, Bro? Hier ist TK, hier ist Guanti, hier ist die Slappy Shores. Sie sind auch in diesem Bereich von Tayson. Und du kannst sehen, dass sie gar nicht weg sind. Es waren Chicho und Trulex auch. Ich erinnere, dass es insgesamt drei Teams hier ist. Die Slappy Shores ist einfach nicht groß genug. Allein versuchen, nach dem Meer zu gehen. Aber für heute, Die Slappy Shores zeigen die Riesen nicht early game. Ich denk's auch nicht, Bro. Dat Ness gewonnen. Oh, die capen einfach. Bro, ich sag die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, wenn du so geholt wirst. Auf der Kiste capen die einfach, ne? Oh mein Gott. Bro, wenn du so geholt wirst, wie der Weltmeisterschaft. Ich werde so sauer. Ich will heulen, Junge. Nein, das sind die Grand Finals. Was macht da denn mit seiner Hand die ganze Zeit? Oh, der Täter! Guck mal, die rennen da einfach hoch. Oh mein Gott, da rennt gleich einer rein, der wird heulen. Guck mal, wie die da chillen, neuer Pop mit nebenbei. Geh rein, der geht rein, der geht rein. Oder? Oh mein Gott. Er geht rein. Oh, komm schon. Geh rein. Mach die Tür auf. Bro, genau so hätte ich gespielt. Genau so. Die hören doch die Kiste. Bro, er lootet da ganz gechillt. Er weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Hä? Aber warum nimmt der die Kiste nicht mit? Die wissen, dass da halt irgendwo ein Team sein muss. Ah, ja, ja. Ja, guck mal. Doch, doch. Das wissen die safe, oder? Ja, ja. Irgendwas wissen die. Oh mein Gott. Das und das. Er geht rein. Oh mein Gott. Erzähl, ey, 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 jetzt. Er geht rein. Ohhhh. Bro, er ist weg. Ist er weg? Ne, Yami, Yami. Yami. Oh mein Gott. Ich befreu ihn. Wir, 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 wir schocken. Warum ist den Kallen nicht gezeigt? Erzähl. 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 Hey, ich hab'r. Oh. Was macht er mit dem? Das ist ein 2v1 oder was? Das ist ein 2v1. Ist es wirklich? Er schickt nur er oder ab. Er schafft das nicht. Er wird von allen angeschossen. Oha, wie smart, Bro. Er nimmt den... Er füllt zuerst an. Im Kill nicht bekommen, was? Man, das ist der schlimmste Gefühl. Sie haben den Schuh dabei. Guck dir das mal an. Ja, Bro. Guck mal, die Haie sind. Die haben es geschafft. Was machen die? Die haben es geschafft. Hey, wie lost? Die wollen nicht heilen, aber es geht ja mit Dings gar nicht mit Batspray. Oder geht das mit Batspray? Doch, aber können die Gegner mit Batspray heilen? Ich glaube nicht so, ich glaube nicht. Wir hätten Splash müssen. Ja, ja, Splash ist safe. Aber wie lost war das denn? No, aber wie lost war das denn? Ja, stimmt. Ja, das ist ein Mate. Komm, wir die jetzt kommunizieren. Ja, zeigen sie mal wie sie es gemacht haben. Guck mal wie es war, Leute. Ja, das ist super. Good job, mate. Good job. Good job, mate. Das war's. Good job mate. Wut drauf vor. Aber für einen Moment, sie wussten nicht, wo sie eigentlich waren. Das ist wie ein 50-50-50-fähiger ist. Ein slight Buss-Route-Deviation. All of a sudden, du kommst in von verschiedenen Angeln. Ja, das ist eine Sache, dass man die besten Droppe hat. Aber wenn jeder für die gleiche Weppe ist, Malabucca ist derjenige, der von Out, der von uns auch nicht anders ist. Aber der Game 1-Viktor, Pollo und Sphinx, die wahrscheinlich eine Front-Roll-Seite für das Spiel. Das ist die zweite Runde. Zweite Runde ist gerade. Zweite Runde. Sechs insgesamt. Rieses stat? Ich habe nicht gesehen, ich habe nicht auf Kill-Feed geachtet. Bro, weil das sie auch Sniper und so drin haben, finde ich auch so schlecht. Bro, für World Cup rausnehmen, Bro, rausnehmen, was ist das? Ein Headshot-Sighter ist wirklich vorbei. Ja, wirklich, das ist. Das ist einfach ein Staffel, ja. Zwei gegen eins, Leute. Wieso schießt ihr den nicht an? Schieße ich auch nicht, Bro. Die handeln den auch schon die ganze Zeit. Hä? Okay. Guck mal, ich habe diesen Bogen dabei. Den Tinas Bogen. Bro, der ist so scheiße. Bro, er baut kurz das Hotel. Aber er ist Solo, oder? Ja, ich glaube nicht, der Solo ist. Ja, ich glaube nicht, der Solo ist. Wir spielen sich da. Ach, da drüben, da drüben, ja. Wir sehen uns jetzt auf die Seite. Wir sehen uns wie er mit dem Lauf. Wir sehen uns auf die Eclipse. Wir sehen uns wie das. Das ist gut, Game 1. Wir sehen uns, was haben uns ein paar Mal im Lauf. Hier haben wir noch ein paar Mal im Lauf. Wir sehen uns ein bisschen mehr in der Nacht. Wir sehen uns nach dem Eclipse. Wir sehen uns wie das die größte Lobby. Aber die Lauf sind ziemlich glücklich. Ja, ja, save, wir machen heute noch RPs, save, save, save. Ich glaube, wir können eigentlich die Wechselstärme auch rüber, bevor wir jetzt gleich ins Ad Game gehen. Wir werden heute save noch GTA RP machen und YouTuber-Insel vielleicht auch noch mal. Leute, wir wechseln rüber, bevor jetzt das End Game kommt. Kommt rüber. Nein, oh Gott, Bro. Nein, Bro, ich hab bei dir im Chat gespampt. Oh mein Gott. Nein, Bro, sorry, sorry, sorry. Ich bin so dumm, Bro, Friedan. Ich bin so dumm, ich hab bei dir im Chat gespampt. Bei mir werden Links eh ausgemeldet, Bro, alles gut. Ey Leute, wir gehen jetzt auf Kick, checkt gerne Tridan ab. Ich setze euch hier auch noch mal rein, der ist hier auf YouTube live. Kuss, Bro. Der ist hier auf YouTube live, Leute. Also wenn ihr auf YouTube live bleiben wollt, guckt gerne bei Tridan vorbei. Ich gehe hier auch noch mal rein, der ist hier auf YouTube live. Wenn ihr bei mir gucken wollt, kommt gerne zu mir rüber. Wir streamen ja eh beide zusammen, Leute. Also easy, sucht euch das aus. Woos? Woos? Wie?